Mein Name ist Sascha Rabe und ich höre häufig von Vertrieben, manchmal auch von Finanzvertrieben, dass dort Menschen ausgenutzt werden. Und diejenigen, die ausgenutzt werden, die nennen sich dann manchmal Trainee oder Starter oder Juniorberater und am Ende des Tages geht es nur darum, deren Kontakte abzugreifen, damit der Berater dann den nächsten Monat rettet. Wenn du in einem solchen Umfeld gerätst, geh ganz schnell weg. Bei mir ist es so, diejenigen, die die Zulassung haben, kriegen Kundenzugänge von mir. Ich unterstütze dich massiv in diesem Bereich und alle meine Berater haben genügend eigene Kunden. Die brauchen nicht Family und Friends. Die haben Trainees.